Also jetzt zum morgigen Spiel, spüren Sie da einen besonderen Druck, da Sie als Titelverteidiger in das Spiel gehen und natürlich Gefahr laufen, dass Sie eventuell nicht in die nächste Runde einziehen? Ja, das sind wir uns bewusst, dass das eventuell nicht klappt, aber wir spüren keinen Druck, wir wollen das leicht angehen, wir haben die Erfahrung, wir haben das nötige Selbstvertrauen und wir werden das... Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir in der Champions League gewonnen haben, dass wir es in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst der Schwere der Aufgabe, der ganz normale Zeug, also schon zuhören, sonst kann ich es auch übersetzen, das ist ja nicht so schwer. So, I'm in a competition mood already, I can tell you.